Vermögenssicherung fast schon verboten effektiv. Entdecken Sie die Vorzüge einer Vermögenssicherung, von der die meisten Rechtsanwalte ebenso wenig auch nur eine Ahnung haben wie die allermeisten ihrer Gläubiger. Und auch die Beschäftigten in Behörden und Ämtern werden im Leben nicht darauf kommen, dass sie mithilfe einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts eine überaus ausgekochte, clevere und dennoch absolut gesetzesmäßige Vermögenssicherung betreiben. Sichern Sie Ihr gesamtes Hab und Gut vor dem Zugriff beispielsweise von Gläubigern, Ämtern und Behörden. Es hat nämlich auch Vorteile, als Gesellschaftsform eine völlig zu Unrecht verpönte graue Maus für sich zu nutzen. Denn diese graue Maus entwickelt sich zum unbezwingbaren Löwen, wenn es um die perfekte Vermögenssicherung geht. Denn niemand vor Ihren Gegnern wird auch nur im Traum daran denken, dass Sie zur persönlichen Vermögenssicherung eine GbR eingerichtet haben. Und einen Gegner, den man noch nicht einmal kennt, kann man dann auch niemals besiegen. Wenn Ihre Gegner erst einmal merken, dass Ihre persönliche Vermögenssicherung zu 100% perfekt organisiert worden ist, werden Sie ihnen endlich den gebührenden Respekt zornen. So haben Sie im Fall des Falles eine hervorragende Ausgangsposition für attraktive Vergleiche und die entsprechenden Verhandlungen. Ich kann nur all meinen Zuschauern und Lesern immer wieder den Rat einbläuen, betreiben Sie aktive Vermögenssicherung. Und betreiben Sie zur Vermögenssicherung unbedingt eine GbR. Rechtzeitig. Denn wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, wird es deutlich schwerer für Sie, unter dem unüberwindbaren Schutzpanzer der GbR Unterschlupf zu finden. Vergessen Sie alle Vorurteile und die Geringschätzung, die Anwälte oder andere sogenannte Experten der gesellschaftbürgerlichen Rechts gern entgegenbringen. Ich selbst schütze mein Vermögen seit Jahrzehnten durch clever ausgehandelte und ausgearbeitete GbR-Verträge. Und in all diesen langen Jahren und trotz vieler, vieler Versuche hat es bislang kein einziger meiner Gläubiger geschafft, auch nur annähernd in die Nähe meines Habs und Guts zu kommen. Kein Wunder, denn wenn es um professionelle Vermögenssicherung geht, haben noch nicht einmal Rechtsanwälte eine Ahnung davon, welch ungeheure Macht so ein GbR-Vertrag entwickeln kann. Auch die Gläubiger beißen sich an der GbR regelmäßig die Zähne aus. Egal, auf was Ihre Widersacher ein Auge geworfen hat, Ihr Haus, Ihr Hof, Ihren Schmuck, Ihre Gemälde, Ihre Konten, Ihre Außenstände und andere Ihre Einnahmequellen. Ihre Gläubiger werden nie, wirklich niemals ans Ziel kommen. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach beiden interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Gehen Hier Gehen Sie sich mal genau Once